Ihr könnt die Stiefel doch gerne angucken, die Stiefel. Ja, finde ich doch auch. So Freunde, wie ihr jetzt gerade wirklich schon mitbekommen habt von meinem Vater, sind meine Stiefel hier angekommen gerade, meine neuen. Ich hoffe, das sind die auch. Ja, da habe ich mir gedacht, dass wir die jetzt zusammen auspacken. Und erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich hole mal kurz mein Stativ. Wo ist mein Chef? Wo ist mein Stativ überhaupt? Ah ja, bestes Leben. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt hält. Ah, okay. Soviel zu halten. So Freunde, hier ist das Paket, wo ist jetzt die Schere da? Boah, Digga. Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich mir schon bestellt habe, wie viele neue Stiefel. Das sind Alpinstar Stiefel, das sind Alpinstar Tech 10, die waren sehr gut auch runtergesetzt. Ich glaube, die Alpinstar Tech 10 im normalen Stiefel kosten ja um die... Und die waren glaube ich auch... Runter gesetzt, also... Echt gut hart runter gesetzt, sagt's Bude. Ja, Freunde. Ja, Freunde. Wir werden zuerst sehen. Oh, Alter. Umständlichkei ist da. Boah, diese Kiste ist viel zu groß für mein Lame, ich schwöre. Kennen die die hier noch? Alles klar. Alles klar. Ja. Hier. Ich zeig's nochmal gleich genauer. Ah. Hier, ich kaufe auf jeden Fall auch klar mit meinem Statif. So, Freunde. Hätte ich auch den lassen. Hier würde die Hashtag eine Hand nur zum öffnen und die haben auch einen Innenschuh. So sieht der Innenschuh aus. Der ist auch nochmal... Also sexy kann ich jetzt nicht sagen, aber da schlupfen wir das rein und dann geht man in die Stiefel. Soweit habe ich's jetzt, glaube ich, mitbekommen. Kurz anprobieren hier vor eine Einräumung. Wahrscheinlich jetzt kaputt gemacht, ja. Macht man das so? Wird sein, dass das falsch ist, wie ich das gemacht habe? Ich weiß es nicht. Genau. Wie gesagt, den Innenschuh, den gibt's in beiden Dingern Schuhen. Ist ja logisch. Und ja. Was kann man genau was dazu sagen? Eigentlich nicht vieles. Und ich würde mal sagen, da gibt's... Ist da jetzt kurz ein Schuhporn von? Ist da jetzt kurz ein Schuhporn? Wow, geil, Mann! Und ja Freunde, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt ungefähr ging, aber auf jeden Fall wollte ich euch nur das kurz zeigen. Und einfach mal, ich wollte einfach mal hier kurz Bescheid sagen, dass ich in euren Stiefel jetzt habe. Die Alpinstar Tech 10. Und ja, vielleicht wollt ihr die euch hier auch kaufen oder sowas. Und dann habt ihr sie jetzt kurz gesehen, wie sie aussehen. Bis jetzt kann ich sie das sehr empfehlen, weil die sind auf jeden Fall sehr geil. Also ich kann's auf jeden Fall nochmal ein bisschen was dazu sagen, wenn ich mal mit einem Mitten... Wenn ich mal mit denen gefahren bin und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video einfach wieder. Und ja, dann würde ich sagen, abonnieren... Ähm... Alles klar, Digga. Abonnieren, liken und Glocke aktivieren und kommentieren natürlich. Freunde, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder. Und tschuuu.